Guck, guck. Lass mal schauen. Ach, da sitzt doch perfekt. Dreckig. Ne, da ist keiner. Vektorstreifen an der ganzen Weste über. Einmal so nicht geplant. Und einmal über den Kopf. Dann haben wir zwei Bauchgurte. Einmal, klack. Das klingt aber gut, das klack. Zack, super. Also, können wir? Können wir? Also, hallo Oberwandfreunde. Heute möchten wir endlich mal ein neues Video zeigen. Und zwar geht es um die Schwimmweste. Viele unserer Hunde sind ja echte Wasserratten. Aber leider verlässt sie relativ schnell die Kraft, wenn sie weit aus dem Wasser oder weit auf dem Wasser raus sind. Und diese Schwimmweste ist eigentlich ideal für Stand Up Paddling, Tretboot fahren, Boot fahren, Schifffahren, Fähre, was auch immer. Sie verfügt über einen relativ, nicht relativ, aber einen wirklich guten, starken Schwimmkörper, der wirklich dafür sorgt, dass unser Hund über Wasser bleibt. Dass der Hund über Wasser bleibt. Wir haben hier komplett überall Reflektorstreifen. Sie ist schön rot. Also wirklich gut, ihm was auch auszumachen. Wir haben zwei Griffe, um den Hund A einmal aus dem Wasser herauszuholen, wenn er drin ist. Um B ihn auch vielleicht in das Boot hinabzulassen. Weiter verfügt diese Schwimmweste über einen Anbindepunkt hier hinten für die Liner. Der ist nicht wie bei anderen Herstellern aus Kunststoff, sondern hier wirklich aus Vollmetall. Wenn ihr Fragen zu der Schwimmweste habt, schreibt mich an, ruft mich an. Ihr wisst, wir sind für euch da und wir versuchen wirklich unser Bestes für euch zu geben. Also, in diesem Sinne.